Heute stellen wir euch die Badewannenfüße WS-Grip für Bette- und Kaldeweilwannen vor. Sascha, was macht die so besonders? Hi, Veit. Im Vergleich zu Universalfüßen mit Klebepads werden diese an der speziell entwickelten Grip-Funktion an den herstellerspezifischen Haltepunkten befestigt. Und wie genau funktioniert die Montage der Füße? Das zeige ich dir mal am Beispiel unserer Musterwannen. Bei den Badewannen von Kaldeweil wird der WS-Grip um die vorhandenen Nocken gelegt und festgezogen. Bei Bette nutzen wir die angebrachten Laschen, führen den WS-Grip durch und ziehen ihn fest. Welche Vorteile bringen die Füße noch mit sich? Zum Beispiel die doppelte Höhenverstellung von 130 bis zu 260 mm. Aber auch in der Breite lässt sich der Fuß mit der Traverse flexibel einstellen. Ebenfalls haben wir hier dabei unsere roten ADS-Kappen, also unser Antidreh-Schallschutzsystem. Man sieht also WS-Grip, ein Montagesystem für nahezu alle Stahlbadewannen. Weitere Produktinfos sowie Kompatibilitätslisten finden Sie unter mepa.de-wsgrip.